Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind ja im Winterpeste, äh, ja, und wollten eigentlich warten und dann ein bisschen was verkaufen bei, äh, wie heißt die? Birna, weiß wie genau, bei der. Aber jetzt kommt ein Drache, also, haben wir gemeint, das lassen wir natürlich da nicht aufzukriegen, sondern machen es an. In der Hoffnung, dass jetzt Birna nicht gerade vor unseren Augen stirbt, wir sind nicht so ein Todeskandidat. Okay, na klar, da ist er ja, ja, da war mir ja Mist. Jemand muss mir helfen! Hilfe! Ja, na ja, ich glaube, Brina ist immer die, die heißt, du musst dir nichts trauen, Mist. die uns aber auch auf dich aufpassen ich meine nur ein bisschen stürzt wir haben leichten drachen kommen was bisher man mit dem mann hat die richtigen sachen alle einst an mal jetzt nur mach ewige heilung müssen wir nicht bis zum schluss auf da haben wir dann 50 stück ja und guck ob er einen schiebt er trage rüber hin ja das habe ich gemeint könnt ihr helfen ja ich muss unbedingt schnellschuss machen naja du musst dich irgendwann lernen so jetzt fällt er runter komm runter die Frage ist nur wo er hinfällt ja 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 auch lustig dass sie erst nach der landung sterben ja obwohl sie schon tot sind eigentlich war er ja schon tot landen wir immer noch ja mein Tragen ja ich hoffe es hat hier keinen erwischt ja komm mal ordentlich ich meine es gibt nicht solche Leute da kannst du gar nichts machen die sterben so gut wie immer ja also bei Albor würde ich zum Beispiel gnadenlos einladen bei irgendwo ich bin jetzt brauche ich zu mir stirb aber du kannst es nicht immer ja bei bernern lebt jedenfalls noch ja bei den göttern ich weiß nicht was ich sagen soll ich weiß nicht was ich sagen soll ja wir wollen hier eigentlich warten bis bernern mal eher einen laden aufmachen ja eigentlich wohnt mal so warten bis bernern den laden aufmacht Wir stellen manchmal vor Ihren Laden und warten, dass er aufmacht. Irgendwann wird es ja wieder ins Bett gehen. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mitgezogener Waffe nähert. Vorhin warst du ganz froh, dass wir das gezogen haben. Das passt natürlich trotzdem. Das müsste dann das Laden sein. Ja, wir werden jetzt sein. Also wir haben, aufs Green ja immer gesagt, würden wir einiges machen. Also auf jeden Fall abladen. Und wir haben abgeladen und haben auch verkauft und haben auch Verzauberung ein bisschen vorangetrieben wieder. So, dass wir jetzt auf 99 sind. Aber immer noch nicht auf 100. Wir machen erst eine neue Rüstung, wenn wir auf 100 sind. Also vorher innen. Und wir ordentlich verzaubern können. Ja. Wir müssen warten. Genau. Die ist immer ein bisschen spät dran. Aber glipatze ja noch. Ich weiß nicht. Was? Ah, nee. Das wird so ein kleiner Unterschied zwischen 11 und 9, oder? Also wirklich. Ach, 99 und 5. Ja, das ist so gut wie 9, aber nicht 11. Aufstehen. Na gut. Jedenfalls, das haben wir da gemacht. Also waren wir ziemlich beschäftigt. Dann haben wir noch ein bisschen die Reste eingebaut in unsere Häuser. In Winstadt und in... Was ist denn das für in Win? Abgefreundlich Haus. Ja. Wir sind doch im Winterfest, oder? Sieht aus wie ein Mordtag. Naja, egal. Jemals in Winstadt und in Seeblick haben wir das gemacht. Und das ist jetzt irgendwo so gut wie fertig. Bis auf die Tropfen. So. Na, wo bist du denn jetzt? Kaffee trinken. Ich bin aber immer noch nicht da. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Äh, na. Also wirklich. Ja, manche nehmen es nicht so genau. Ja, also so kommst du ja nicht auf den grünen Zweig, Birner, ja? Ja, jetzt. So. Hallo. Ich tue, was nötig ist, um ein Auskommen zu haben. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Na gut. Okay. Dann zeig mal. Seine Krimskrams, sage ich, was da sind. Wir suchen immer noch Wasserarten. Man soll es nicht glauben. Wirklichkeit, der braucht man nicht mehr. Eisenärzt, immer mehr. Das ist ein großer Fisto, braucht man noch. Ja, für hell die Erechen, dann müssen wir uns ein Ding hier abnehmen. Beziehen kann, aber wir haben ja wohl auch nicht. Obwohl das Haus natürlich noch nicht mal umgeht. Dann gucken wir mal. Am Holtzschirm da. Die haben wir ja abgelegt. Was haben wir abgelegt? Die ganzen Tränke, ja? Ja. So, wir haben eigentlich nur Deutsche. Seine Redekette ist ja nicht umgehängt, oder? Also. Nein, 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 nein. Warte mal. Der kommt gleich wieder. Das ist auch mal blöd, man nehmen. Wenn es umziehen. Stimmt auch. Wenn ihr nach Ranmir sucht, der liegt entweder schon sturzbesoffen im Bett, oder arbeitet noch daran. Für manche ist das Ransch. Für mich sind das Schätze. Ob das leicht bitter klingt? Ja. Da kann man ja nicht verdenken. Nö. Sie muss ja bezahlen. Mehr als ein. Kannst du nicht mehr leisten. Auf jeden Fall kriegen wir erheblich bessere Preise. Auf die Art. Und sonst haben wir gar nichts mehr. Das haben wir abgelegt, ja? Ja. Haben wir nicht eben gerade was geholt? Na, bei den Drachen? Ihr geht jetzt besser. Na, egal. Was, ihr geht jetzt besser? Ja, gut, dann gehen wir halt. Gehst du jetzt wieder ins Bett, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, sie braucht nicht unbedingt Kronen. Aber ich kann es auch verstehen. Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Wehrwölfe selbst gehört. Die Legenden sind wahr. Ob die wahr sind? Das wissen wir. Das haben wir selbst erfahren. Na ja, jemals wird man ja keine Lust haben, hier immer wieder zu arbeiten, damit ihr Bruders was auch nicht macht. Macht ja dann auch keinen Spaß, oder? Nee. Dann können Kunden schon lästig sein. Das wird mir ziemlich stinken zum Bruder. Ja. Ja. Also wir haben gedacht, wir werden auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier hingehen, müssen wir ja was abgeben bei URAG. Aber dann werden wir auch, weil wir ja eine Stufe bekommen haben, auf jeden Fall irgendwie was lernen. Wahrscheinlich bis Spürung, oder? Was macht Faral da denn? Sie macht Zerstörung. Das brauchen wir als erstes nicht zu lernen. Nee. Aber wenn alle Stricke reißen, werden wir das auch machen. Ist egal, wir werden alle auf 100 bringen. Deswegen ist es wurscht. Aber für uns wäre natürlich besser, die Spürung. Aber eine gewinnt ja noch weg. Hey. Nutzlose Unterhaltungen liegen mir nicht. Lasst es mich wissen, falls ihr Hilfe bei Beschwörungstechniken benötigt. Ja, aber gerne so. Führt eure Beschwörungen bitte nur auf dem Gelände der Akademie durch. Die Leute sollen nicht auch noch durch Atronachen in Aufruhr versetzt werden, die durch die Stadt streifen. Ja, das wäre nicht so gut. Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Ja, da kannst du recht haben. Äh, Beschwörung beibringen. Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei. Aber seid vorsichtig. Ja, 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 ja. Gut. Okay. War nicht sehr weit. Nee, wir haben schon fünf. Erst müssen wir uns dann selber hören. Ja. Ja, wir machen jetzt das Taschendiebschlag. Bleib schön sitzen. Ja, wir sind ein bisschen mager an Magikar. Ja, das können wir machen. Gut. So, dann haben wir es gleich hier. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei. Aber seid vorsichtig. Ja, na gut. Na schön. Oh, jetzt können wir es. Och, ist das noch schön bringen. Ja. Immerhin. Gut, dann gucken wir mal, was er so verkauft. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Ein bisschen mehr hast du schon. Ja, die haben ja nur Stäbe. Ja. Die Klamotten haben hier auch nur Magierklamotten. Aber hier wird es interessanter. Wir sind eigentlich ganz gut gestippt, außer volle Armselige. Die sind relativ günstig, die Klamotten kaufen. So. Kaufen wir mal ein paar Algen. Aber nicht 35. Oh ja. Und was haben wir denn von dem Ding bekommen. Wir haben doch eben was. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Vom Drachen. Ja, ein Tier zu feiern. Das sind ja seine Sachen. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Und jetzt gucken wir mal noch. Wir haben aber ein bisschen auch noch einen Trank oder irgendwas gekriegt, oder? Nee. Was haben wir denn? Nur die Handschuhe. Alles andere haben wir nicht. Nur die Handschuhe waren. Okay, wollte ich nur wissen. Gut, gut. Das waren Teile. Gold. Ach, Gold ist immer gut. Gartenknochen, Gartenschuppen. Na, die sowieso. Das ist unser Zimmer. Das müssen wir jetzt zurückholen. Natürlich. Aber wir haben jetzt übrigens auch ein D3herz gekauft. Und haben auch Feuersalz gekauft. Und was machen wir jetzt auch? Weil jetzt haben wir genug Geld, um das zu kaufen. Was soll's? Ja. Der wohnt eigentlich hier oben. Äh, keine Ahnung. Muss ich ja nicht wissen, oder? Nö. Wer ist denn hier der große Zampano? Du? Nein, die Schüler sind vielleicht hier, wenn wir da sind. Nee, die wohnt. Und? Du kannst übrigens auch rein und Sachen holen. Die werden auch wieder nachgeladen. Wollte ich nur mal so sagen. Ja, mal gucken, ob die noch geladen sind. Ja, doch, doch, doch. Man, nicht sofort. Aber in Abständen wie in deinem Raum auch. Ja, also, wir waren die Zehn. Hatte ich noch nie genug. Och. Das wundert mich. Auf jeden Fall weiß ich, dass jede Menge Seelensteine genommen haben. Aus dem anderen Gemeinschaftsraum. Ich muss halt ein bisschen warten. Und dann wächst es nach. Ja. Ah ja. Nee. Ich muss nur was zu essen. Ja. Hier stehen wir. Und dann gibt es hier die Seelensteine. Die kann man auch holen. Das ist meine. Ist nicht geklaut. Nein, ist nicht geklaut. Und die werden auch wieder nachgeliefert. Deswegen ist es immer so traurig hinter das Übersicht. Hallo, wen haben wir denn da? Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Bring und hol oder so. Hol und bring. Ist der hol und bring. Sehr gut. Dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als Hochmagier. Ihr wollt also die Arcanen Künste meistern. Warum gucke ich eigentlich nicht immer, wenn ich es weiß? Ist ja nur winzig. Kleine haben wir ja. Die haben auch winzig. Na gut, dann verkauf. Einfach nur zwei Dinger da. Wir hatten nur Lähmen. Es war mir ein Vergnügen. Aber dafür kann man sie dann verkaufen. Es ging uns ja auch um die Verzauberung. Gut. Wenn es gut ist, wenn man hier dann nämlich trainiert, dass man sich halt auch gleich wieder sein Geld reinholen kann. Kann man dann verkaufen. Ja. Und das ist das Gute. Aber da lohnt sich die drei Punkte auf Redekunst. Auf jeden Fall. Wir haben uns auch noch nie gefehlt. Sobald man sich das leisten kann. Das ist das andere Zimmer, wo man nehmen kann. Ja. Ja. Ja, jede Menge. Jede Menge mit... Ja, die kennen dich. Reicht denn an, wie ich das heute... Ich hab schon öfter mal nachgekocht. Ja, wissen wir. Die ganzen Dinger sind alle noch... Die Studenten sind alle noch weg. Die Einzigen, die noch treffen kann, ist das End hier. Wir hatten natürlich scheußliche Preise. Da kann man immer noch zwei D3-Herzen holen. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, könntet ihr mir mal helfen? Na gut. Die ist ja schon wieder klar. Bevor ihr fragt, ja. Bei meinen Vorfahren hat Magie immer eine große Rolle gespielt. Und nein, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich weiß, dass es in Winterfeste einst von meiner Art wimmelte. Und nein, es macht mir nichts aus, dass sie nun alle fort sind. Ist damit nun alles geklärt? Ja. Ich habe einfach die ganze Fragerei satt. Ich bin hier, um zu lernen und nicht, um mich immer wieder zu rechtfertigen. Verzeiht, ich wollte euch nichts unterstellen. Na, will ich doch hoffen. Und warum rechtfertigt sie sich? Weil sie ein Sohn mehr ist oder so? Ja, offensichtlich, ja. Habt ihr das nicht gewusst? Vor der Oblivion-Krise haben viele Elfen in Winterfeste gelebt. Und noch mehr haben jedes Jahr die Akademie von Morrowind besucht. Danach hat das Misstrauen gegenüber der Magie vielen das Leben schwer gemacht. Manche gingen fort, weil sie den wachsenden Hass der Nord nicht mehr ertragen wollten. Andere sind nach dem Roten Jahr, als Fadenfellausbrauch und große Zerstörung verursachte, wieder heimgekommen. Winterfeste selbst ist in den Jahren zwischen damals und jetzt gestorben. Geblieben ist nur noch eine leere Hülle. Eigentlich ist nur die Akademie noch übrig. Das stimmt. Na ja, ein paar andere Häuser. Ja, aber nicht viele, oder? Ich weiß, dass mir nicht gefällt, wie er mich ansieht. Ich kann nicht sagen, ob er darauf wartet, dass ich mich selbst in die Luft jage oder dass ich ihn umzubringen versuche. Aber es ist klar, dass er keinen von uns traut. Ja, wir trauen ihn ja auch nicht. Wir ihm auch nicht, ja. Bislang schon. Und sei es nur, weil mir niemand sagt, was ich alles erreichen müsste. Ich will nur lernen und nicht darüber nachdenken, welche Erwartungen andere an mich stellen. Wir versuchen doch alle, bessere Magier zu werden, stimmt's? Nun, ich brauche jemanden, mit dem ich einige Zauber üben kann. Eigentlich nichts Gefährliches. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? Eigentlich nichts Gefährliches. Das klingt ja schon. Nein, nicht solche Zauber. Glaubt mir, ich würde nicht fragen, wenn es nicht nötig wäre. Aha. Na gut. Oh gut. Ich hatte schon Angst, ich müsste Gisago fragen. Ja, das wäre nicht so gut. Bleibt einfach dort stehen. Bitte haltet still und versucht, euch nicht zu bewegen. So. Und jetzt? Du liebe Zeit. Das hätte nicht passieren sollen. Bin wir jetzt ein Frosch, oder? Geht es euch gut? Ihr seht ziemlich grün aus. Es tut mir schrecklich leid. Ich bin alles wieder und wieder durchgegangen und war mir sicher, dass es laufen würde. Ja, na ja. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe mich nur irgendwo ein wenig verrechnet. Ich bin sicher, es wird bald abklingen. Dann ist alles in bester Ordnung und wir können es noch einmal versuchen. Nein, bitte nicht. Inzwischen versuche ich herauszubekommen, was schiefgelaufen ist. Ja, toll. Also wirklich, Brilina. Du bist ja schon eine. Tja. Also gut. Ja, ja. Ich meine, ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich kannst du jetzt nicht mal über irgendwelche schmalen Brücken laufen oder so. Ja, irgendwie. Sieht ein bisschen verzerrt aus. Sieht sich ein bisschen, äh, also jetzt gehen wir mal hoch. Meinst du, du kannst Urak noch erkennen? Urak ist nicht hier. Na, hier ist Entchen. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Das wissen wir, ja. Ich hoffe, ihr habt Geld. Er hat ganz blöde Preise, der Typ. Sehen wir es uns doch einfach mal an. Ja, die Kette habe ich noch an. Hm, das würde ihm gar nicht viel nützen. Ja, er hat auch andere Sachen, aber... Ja. Ja, wir nehmen mal mit. Also wir haben jetzt sieben, wenn wir die jetzt... Jetzt sagt ihr, wenn wir die hier gekauft haben. Na gut. Dann können wir ja unsere restlichen Eisendörche an ihm verkaufen. Bei den Preisen, die er uns gibt. Aber ist ja wurscht. Komm. Meine... Pff, das haben wir geschenkt. Bei den Eisendörchen würden wir ihm ja nie was. Nee. Okay. Ich hoffe, ihr habt Geld. Wir haben doch noch kleinere Sachen. Sehen wir es uns doch einfach mal an. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Geld er noch hatte. Aber 118. 118. Was für kleine Sachen haben wir denn? Nee, das ist auch... Quatsch. Hier ist nichts. Ich glaube, die Lederabendstehen sind zu teuer. Naja, 205. Sind aber auch nicht so spät. Könnt ihr haben. Naja, doch hier. Ja. Wie sind wir denn da rangekommen? Das war im Zimmer. Ah, ganz klar. Aber das kann man verkaufen. Oh nein. Es tut einem ja richtig weh, wenn man sieht, was der Preise der Typ zahlt. Bei ihm kann man auch irgendwie keine Dinger verkaufen. Hier keine Pfeile. Das ist immer Null. Das zahlt ja nichts. Naja, vielleicht finden wir den Weg zu Urak noch. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal Schluss machen. Und dann das nächste Mal gehen wir dann zu Urak. Alles klar? Okay. Ja, wir klappen hier noch. Ja, tschüss. Tschüss. Und so weiter. Tschüss. Tschüss. habits. Vielen Dank.